Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, ich habe mir nochmal Schuhe gekauft. Und zwar sind das die Nike Force One und ich zeige euch einmal, wie die aussehen. So sieht der eine Schuh aus. Genau, und die habe ich mir von Footlooker gekauft. Und die kosten 74,99 Euro. Und wie die angezogen aussehen, das zeige ich euch jetzt. So Freunde, die Schuhe sind richtig bequem. Auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, in der Farbe schwarz habe ich sie mir gekauft. Das soll es dann auch tatsächlich mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann dürft ihr gerne dementsprechend eine kleine Bewertung dalassen. Und wenn ihr jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020